Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at ein aus IJZ, Imagine Dragons, Miley, The Killers und viele mehr während des Festival. Das 50-Jahr-Jubiläum des Original-Festivals unterscheidet sich aber massiv von den bisherigen Jubiläums-Events 1994 und 1999. Bei diesen ging es mehr um schnelles Geld und eben genau nicht ums Erinnern an die Ideale der Hippie-Bewegung. Bei Rootstock 50 sollen für Organisator Michael Lang wieder Liebe, Frieden und natürlich die Musik im Vordergrund stehen. Um das zu unterstreichen, unterstützten die Veranstalter Menschenrechts- und Umweltorganisationen. Als Highlight werden in Watkins Glen, New York, 150 Kilometer vom Original-Schauplatz, auch einige der Künstler vom Original-Festival auftreten. U. A. Santana, John Fogarty, Credence Clearwater Revival und Kent Heat Led Zeppelin hätten 1969 auch dabei sein sollen, aber ihr Manager hielt Woodstock für zu Fahrt. Nun gibt Sänger Robert Plant eben 2019 sein Woodstock-Debüt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at Das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, red. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfolgen.